kurva kameraten das glaubt ihr nicht ich habe gedacht kurva da ist rohr gerade nur rausgerutscht oder sonst irgendeine scheiße guckt euch diese scheiße an die haben kurva mein kat geklaut einfach rausgeflext guck die guckt bis jetzt das ist doch nicht normal die haben einfach übernacht kurva jebana match